Hallo ihr Lieben, für den 11. Oktober schauen wir mal, was wir für eine Karte bekommen aus dem Maruch X Oracle. Und dieses Oracle ist speziell für Beruf, Geld, Karriere gedacht. Jetzt schauen wir mal, was da rauskommt für den 11. Oktober. Wir haben hier Wachstum. Ja, das freut mich natürlich. Da hat jemand in Händen eine große Kugel mit Geldscheinen. Und hier steht drauf, erwarte gute Neuigkeiten, was das Geld anbelangt. Entweder es kommt ein Jobangebot oder eine Gehaltserhöhung. Geld wird in Kürze zu dir fließen oder in dein Geschäft fließen. Es gibt auch für diejenigen, die noch nach offenen Möglichkeiten suchen für neue lukrative Geschäfte, werden sich auch solche Möglichkeiten auftun. Also super, super positive Karte für heute. Ich wünsche euch damit ein ganz schönes Tag und bis bald. Tschüss.